und so weiter und das habt ihr uns am wochenende auf trab gehalten mit unserem hot summer coat meine gute crazy shit crazy shit ja vielen dank für die vielfachen kontaktaufnahmen und alles und das vertrauen natürlich genau geht heute weiter mit einem thema zum texting also vor allen dingen jetzt nicht unbedingt texting in der beziehung sondern texting wenn du jemand kennengelernt hast ob jetzt im echten leben oder auf einer dating app ja da wollte ich dir einfach zwei grundlegende regeln sagen die haben wirklich so viel weiterhelfen es gibt einfach so viele sachen die meiner ansicht nach unnötig zeitkosten zeitverschwendung sind nervenkosten und und ja also die erste regel ist das texting also whatsapp sms ist einfach nur dafür da so eine initiale attraction aufzubauen und dann das date auszumachen nichts weiter also du flirtest nicht über whatsapp oder sms oder irgendwie sowas das funktioniert einfach überhaupt nicht so du hast vielleicht irgendwie ein match und ja wenn man ein match hat das ist ja schon schwierig genug heutzutage ist dann überhaupt irgendwas weitergeht aber du hast ein match und ja du schreibst diese person die du gut findest natürlich musst du dich erstmal anschreiben und ja da geht es darum in drei vier fünf sechs sieben acht texten irgendwie so ein bisschen ja so ein vibe aufzubauen du könntest interessant sein die person könnte interessant sein dafür ist texting gut dass man sich nicht gleich telefonieren muss nicht gleich treffen muss aber mal kurz haben wir irgendwie vielleicht einen ähnlichen humor gibt es irgendwelche anknüpfungspunkte und so weiter und dann wird das date ausgemacht und fertig und es wird nicht brieffreundschaft textfreundschaft irgendwie es wird auch nicht klar ist manchmal ist es verführerisch weil manchmal vibet es vielleicht irgendwann und er fängt mal an mit mit sexting womöglich noch bevor er sich überhaupt gesehen hat und meint schon irgendwie boah hammer sieht sich dann und weiß innerhalb von 0,1 sekunden das wird nie was also ich kann mit dem einfach nicht in die kiste gehen und und hat dann diese peinlichen chats und ich weiß nicht was macht das nicht leute wirklich trefft euch autos werden auch nicht am telefon verkauft sondern persönlich so und ja und kommt einfach zum punkt macht ein date aus und meinetwegen auch so null date wie ich das immer nenne also wo man sich einfach nur kurz beschnuppert geht eine u-bahnstation und macht danach ein richtiges date das ist alles fein aber dafür dafür ist texting nicht gemacht also innerhalb einer beziehung ist es was anderes wie man sich schon kennt kann man durchaus mit mit texting oder manchmal auch sexting ja kann schön sein aber man kann einfach auch eine bestehende beziehung wirklich leicht kaputt texten also vor allem männer können sie leicht kaputt texten wenn die einfach zu viel machen zu viel kontaktaufnahmen also wenn euch das mehr interessiert guckt auch gerne mal mein erstes buch ein der liebes code oder meine dating kurse da wird das alles noch mal sehr zesiliert und fein erklärt zweite sache zweiter tipp macht keine spielchen mit texting also das ist wirklich mein rat also wenn du was das ich was eine frau im club kennengelernt also ich würde auch immer raten dass dann der man den ersten schritt macht und sich meldet aber gut ist auch egal wenn du als frau dich jetzt melden willst also darauf kommt es mir jetzt gerade nicht an an diesem punkt hier aber was ich empfehlen würde ist du hast die nummer du hast du hast den mut gehabt irgendwie nach der telefonnummer zu fragen was sie bekommen ja jetzt muss ich nicht unbedingt nach fünf minuten anrufen aber ich würde auch jetzt nicht ewig warten irgendwie so eine gerade attraktive menschen die haben vielleicht schon zehn andere nummern gekriegt oder rausgegeben was schon gar nicht mehr wer du bist ja melde dich ruhig zügig und und weil ich jetzt nicht ob das irgendwie uncool ist oder so und und dann auch wieder straight to the point bisschen hin und her und vor allem wenn man sich schon mal gesehen hat dann gilt es noch mehr ja lass uns auf einen kaffee treffen lass uns auf einen wein treffen lass uns auf ein ein bier treffen fertig irgendwie ne und wenn das schon irgendwie schwierig ist dann wird der ganze rest sowieso schwierig auch wenn ihr vielleicht beide nummern ausgetauscht hat und jemand schreibt dich an mach jetzt nicht so ein spielchen draus ich antworte erst nach zwei tagen oder so das ist ich finde es ist kein ort für spielchen und wenn die gegenseitige attraktion groß genug ist dann spielst du auch keine rolle ob du jetzt nach fünf minuten antwortest oder nach einer stunde oder meinetwegen wenn du jetzt gerade wirklich nicht konntest dann kanarienvogel musste zum tierarzt und was weiß ich ja dann antwortest eben nach drei vier fünf stunden ist auch okay aber mach kein spielchen raus mach kein spielchen raus die welt besteht sowieso nur noch aus spielchen machst dich auch noch beim dating und ich weiß nicht das ist doch alles alles irgendwie nur so 3d scheiße würde ich immer sagen ne wie seht ihr da schreibt es gerne mal in die kommentare und wir sehen uns bald wieder bis zum nächsten Mal